Viele Phishing-Angriffe bedienen sich sozialer Business-Netzwerke, wie zum Beispiel LinkedIn, wo Sie und viele Ihrer Kollegen wegen Ihres Berufes und Ihrer Position als Angriffsziel ausgewählt werden. Sie könnten dann folgende E-Mail erhalten. Ihnen wird angeboten, neue mobile Geräte zu testen. Als Dankeschön können Sie zum Beispiel das brandneue Tablet behalten. Sie müssen sich nur kurz einloggen, um Ihre Teilnahme zu bestätigen, aber geben Sie Gas, denn die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt. Nun, was tun Sie? Wow, ein neues Tablet für ein bisschen testen? Natürlich mache ich mit! Sie klicken also auf den Link. Sie sehen unser typisches Layout mit einer Anmeldebox. Also geben Sie Benutzernamen und Passwort ein und sind in die Falle gegangen.